Wie geht es dir? Perfekt. Woher kommst du? Berlin. Ah, Berlin. Bist du zum ersten Mal bei Freelang? Nee, das zweite Mal. Warum bist du wieder gekommen? Weil es geil ist. Was hat dir so gefallen? Naja, alles. Die Leute, die Aktivitäten. Ja. Hast du auch etwas gelernt dabei? Ja, Schweizerdeutsch. Und Französisch. Okay. Nicht nur Schweizerdeutsch, auch Französisch. Sehr gut. Kommst du nächstes Jahr wieder? Ja. Ich denke schon. Super. Danke vielmals. Bitte.